Ja willkommen zurück zu einem neuen video diesmal geht es um ein promote beziehungsweise um eine kanalvorstellung die ich ab und zu auch mal mache nur bei es ist diesmal keine normale kanalvorstellung und diesmal geht es um ein eine kanal partnerschaft die ich bezogen habe und dieser kanal nennt sich hier übrigens minecraft vor de also ein anderer minecraft let's player beziehungsweise ein allgemeiner let's play so weit wie es aussieht zum beispiel haben wir hier minecraft ja halt minecraft let's plays wie gesagt und Ja wenn ihr da mal vorbeischauen wollt also wenn ihre zum beispiel minecraft möge was die meisten mögen ist auf jeden fall hier eine menge geboten jetzt mittlerweile schon 27 minecraft let's plays Dazu kommt er zum beispiel noch assassins creed Ich weiß nicht genau was sonst noch kommt aber auf jeden fall assassins creed wird auch scheinbar noch bald dazukommen dann noch ein paar andere videos Wie zum beispiel demo gegen akta Ja akta weg damit akta was weiß ich was akta ist aber das ist nicht das thema Wie gesagt ihr könnt jetzt hier auch mal ruhig vorbeischauen meinetwegen was ihr machen wollt euch die videos anschauen und auf jeden fall ist das jetzt ein kanalpartner von mir weiß ich ob Ich hoffe noch mal bald ob ich hier features kommen werden also together das was weiß ich mal schauen Wie gesagt nur eine kleine kanal vorstellung von minecraft vor de Wie gesagt schaut mal bei ihm vorbei und ja ich sollte ihn jetzt auch vielleicht mal abonnieren das habe ich wieder ganz vergessen aber was mache ich jetzt mal Ich abonniere jetzt mal und ja dann würde ich sagen ich kann Doch ich kann ihn abonnieren okay dann würde ich sagen vielleicht solltet ihr das auch tun also bis zum nächsten mal Achso ja und ich möchte noch was anmerken bevor ich jetzt hier schon wieder den cut mache Er ist genauso jemand der so eine langsame leitung hat wie ich apropos langsame leitung ich lade schon wieder etwas hoch Ja das ist auch so jemand Also mein mitleid genauso wie also mein beileid eigentlich ne ja also es gibt viele leute die so eine langsame leitung haben Also ich habe gerade mal ich glaube die das doppelte von ihm was er ja das heißt ja okay ich will dazu mal nichts sagen Also wir haben beide scheiß leitung also haben wir schon was gemeinsam und dann würde ich sagen viel spaß mit diesem kanal und schaut auf jeden Fall vorbei bis dann